Hey Gary, hab's grad erfahren, Jasper, ist raus aus der Nummer. Fürs Verdreschen der Kids hat ihn der Chief suspendiert. Wurde auch Zeit. Egal. Jetzt bist du dran. Ich bin dran? Wie dran? Womit? Gratuliere, Gary. Du wurdest grad zum Auftragskiller befördert. Wir verschieben das Treffen. Er ist noch gar nicht da. Hitmen sagen ihre Treffen nicht ab, Gary. Hitmen? Hitmen existieren nicht. Wollen wir jetzt Fantasieregeln aufstellen? Wir sind hier für dich da. Wir greifen sofort ein, wenn irgendwas unrund läuft. Die Zeit rennt. Schnapp dir Jasper's Mikro. Und sieh dir das hier noch schnell an. Das ist alles, was wir bis jetzt haben, Billy. Was? So heißt du. Dein Codename, Billy. Dann los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.